Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Wir Schalke sind ja in der vorletzten Saison durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen. Das begann dann mit einer schier endlosen Sieglosserie und endete dann auch mit dem Bundesliga-Abstieg. Dazu kam auch eine desaströse Außendarstellung und genau das konnte man wohl auch an den Entwicklungen der Mitgliederzahlen ablesen, denn die gingen wohl durchaus auch etwas zurück. Das erklärte nämlich Schalke ist direkt auf den Mitglieder, Fans und Vereinsangelegenheiten Sebastian Bundkirchen im gestrigen YouTube-Livestream zur Aufstiegsparty am Montagabend. Inzwischen haben aber unsere Anhänger den Stolz auf ihren Verein zurück und das hängt nicht nur mit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga zusammen, sondern auch mit den Personen, die im Vorstand, Aufsichtsrat und der sportlichen Führung inzwischen am Ruder sind. Ich weiß nicht, wie oft in den vergangenen acht Tagen die Tränen gekommen sind, erklärte Bundkirchen. Wenn man sieht, wie glücklich dieser Verein die Menschen macht, das ist irre. Mich berührt das einfach so sehr, die Menschen einfach so glücklich zu sehen. Und diesmal sind es bei Bundkirchen natürlich auch Freudentränen, aber auch Tränen der Erleichterungen, dass Sessel für den Turnaround geschafft hat. Diese Einheit zwischen Mannschaft, Geschäftsstelle und Fans, das habe ich in den letzten zehn Jahren noch nicht erlebt. Da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Er hat nämlich mit vielen Fans geredet in der letzten Zeit und oft habe er dieselbe Antwort bekommen. Das ist wieder mein Schalke. Und das macht uns natürlich stolz und das fühlt sich gut an. Und diese gute Entwicklung hat sich auch in den Mitgliederzahlen niedergeschlagen. Wir sind kontinuierlich ein sehr mitgliederstarker Verein und liegen konstant bei 160.000 Mitgliedern. Damit gehören wir Schalke ja auch weiterhin zu dem mittelderstärksten Verein Europas. Dennoch hatte der Abstieg seine Auswirkungen. Wir hatten in den letzten 24 Monaten Schwankungen. Wir hatten viele Austritte und in den letzten Monaten kann man sagen, wenn wir der Entwicklung der Mitgliederzahlen Glauben schenken können, dann hat der Verein viel richtig gemacht. Denn Schalke boomt wieder. Ich will nicht von einer Explosion reden, aber die Mitarbeiter der Mitgliederabteilung machen von morgens bis abends nichts anderes, als Eintritte und Wiedereintritte zu bearbeiten. Ohne die Vergangenheit zu bewerten, kann man sagen, dass der Verein auf jeden Fall durch die richtige Tür gegangen ist, die sich geöffnet hat. So also Bundkirchen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Lüschalker.